Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute bin ich zu Gast bei der Metzgerei Roggenmoser im Zug. Der Beruf des Metzgers ist in vieler Hinsicht abwechslungsreich, aber nichts für schwache Nerven. Wer aber nicht Metzger oder Metzgerin werden möchte, dem ist das jetzt Wurst. Was uns aber nicht Wurst ist, ist, woher das Fleisch kommt und wie es zubereitet wird. Hier in der Schweiz bekommen wir ein vielseitiges Angebot an hochwertigem Fleisch. Herr und Frau Schweizer ist eine faire und gerechte Tierhaltung sehr wichtig. Auch die Metzgerei Roggenmoser arbeitet mit regionalen Betrieben und Züchtern zusammen. So kann die Schweizer Qualität und die gute Tierhaltung gewährleistet werden. Für viele von euch ist es nun aber primär wichtig, einen Truthahn zu bekommen. Nächste Woche steht das Erntedankfest, bekannter als Thanksgiving vor der Tür. Ich empfehle euch, pünktlich möglichst schnell jetzt noch einen Truthahn zu bestellen, damit auch einer bei euch pünktlich ins Haus flottert. Oder vielleicht besser doch getragen wird. Tschüss!